Der glühende Galgenturm Okay Das will ich jetzt nachgucken Und Die gute Waffe Kriegt auch demnächst mal ein Upgrade Ja, besiegen sie den Stygian Wer zart Besiegen sie mehr Engel Als Ultan Das war es Ein alter Freund Sammeln sie Gnade ein Sammeln sie die Sensor ein Wieder vereint Holen sie sich Ruin zurück Schlechter Vergissen sie 3000 Liter Dämonenblut Okay Vielleicht hat der ein oder andere Das jetzt schon gesehen Was ich Antrophäen auch schon Woanders Habe Oh Oh Keines noch Nur ein einziges Und dann Krieg Willkommst du deinen Turm Silitas mit Netzen durchsetzte Höhle Ist weit hinter einer großen Spalte im Ascheland Ruin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen Aber er wird die Strecke schaffen Und was Silita betrifft Reite einfach dorthin Und sie wird dich finden Die Brutmutter ist eine Sammlerin Die meisten die ihr Reich betreten Werden von ihr an ihre Jungen verfüttert Und jene an denen sie interessiert ist Das sind die Unglücklichen Diese bewahrt sie lebendig auf Und sie können lange leben Lange genug Um ihr Dinge zu erzählen Man könnte sagen Sie sammelt Geschichten Informationen Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samail? Vorsicht Sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen Manchmal stirbt dein Held letztendlich doch Aber Reiter Ich mag Geschichten mit gutem Ausgang Und jetzt bring mir das letzte Herz Vernichten sie Silizier Silitier Seelenbrücke Krieg kann nun Seelenbrücken begehen Die zuvor inaktiv waren Stürmen sie mit Ruinen Durch ihre Säulen Um sie zu aktivieren Erstmal will ich sie die ganzen Gegner Wieder platt machen Ui Das Ding habe ich mir gar nicht platt gemacht Sooo Chaosfresser Stufenaufstieg Chaosfresser ist voller Energie Und seine destruktive Kraft wird immer größer Ja, Stufe 3 Das heißt, wir können Wunderschön auf Stufe 2 bringen Jetzt kriege ich hier aber ganz schön mal Eh Wie kommen wir jetzt aus? Willst du aus? WUH 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 Ich nehme mal ein... Wenn Ruinen in dem Modus ist. Jedenfalls geht es für uns jetzt mal wieder hier hin zu gehen. Gut, wieder hin. Ach, war das hier nicht die Zultern wieder hin? Wieder benutze ich die Grenze. Äh, nicht die Grenze. Chaos-Waffe. Bei Chaos-Waffe brauchen wir coole Waffe. Cool und gut zusammengemischt. Cool. 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 Hier ist das Pugner. Jetzt kann man ihn doch ziemlich gut für den Kampf benutzen. Und wie sieht es überhaupt jetzt aus? Nicht mehr viel. Warte mal eben. Achso, ich habe mich nur geirrt. Ja. Chaos Frister ist bald auf Stufe 4. Nicht hier viel Bräuter auf jeden Fall. Ah, 4 Legendäre. Also da fehlt noch einiges. Vor allem wenn man sich das hier nochmal anguckt. 1, 2, 3, 4 fehlen hier noch. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt 9 Soldatenabzeichen fehlen noch. So wie 1, 2, 3 und 4. Wobei wir Nummer 4 überhaupt wissen wo es ist. Und dann brauchen wir natürlich noch vom Dingsbums hier noch. Hier die Ausrüstung. Da fehlen noch 3. Ja, Gegenstände. Leeres Gefäß. Lebensessenz. Große Lebensessenz. Zornfähigkeiten haben wir sowieso fast alles. Hier haben wir eigentlich. Also passive Fähigkeiten haben wir alles schon. Teil der Abgrundrüstung. Dann fehlen hier noch 2 Sachen. Ja, wie das überhaupt jetzt ist. Das ist übrigens so. Das sehe ich jetzt als das. Beziehungsweise das habe ich schon vorher irgendwie gesehen. Das Zeichen. Aber das steht ja für Ruin. Ist ja krass. Ne auf jeden Fall. Würd ich sagen wir speichern mal ab. Man sieht auf jeden Fall, ich habe schon länger nicht mehr abgespeichert. Wir speichern auf jeden Fall jetzt erstmal ab. Und dann will ich mal so ein bisschen die Daten überhaupt mal sehen. Ja, das ist unser Dingspunkt. Hier unser Einstiegspunkt. Also hier. Ne. Hier wird es schon. Automatisch speichern. Und das hier ist jetzt unser aktueller. Fast 11 Stunden sitze ich jetzt an dem Spiel. Och. Nicht schlecht. Gibt es sonst irgendwie noch Daten, die man angucken kann? Ah, wir haben eigentlich schon fast alle Gebiete durchforstet. Haben über 100 Kilometer sind wir schon gelaufen. Ach du Schande. Zeit im Kampf verbracht. Oh. Oh. Kills insgesamt. Anzahl Tode. Tode. 33. Oh. Längste Kombination. 30. Vergotzenes Dämonenblut. 3038. Und 85 Liter. Oder 0,85 Liter. Angesammelte Seelen insgesamt. Fast 30.000. Hier haben wir unsere wunderschönen Sachen. Was sagte unser Brater noch? Oder Beobachter. Wir müssen diese Spalte im Ascherland überqueren. Das eiserne Dach und der letzte Wächter sind auf der anderen Seite. So. 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 Tanzmillionarenblut. Ich glaube das ist mein Problem mit dem Spiel. Ich kann ihn immer so schnell... Wenden... Das macht mir einfach zu viel Spaß. Wann ideal ist es irgendwie... Wir müssen uns versuchen kümmern. Was? Also solange das nicht auf über 100 Kills hinausgeht. Naja, aber 33 Tote, das heißt, ich habe weniger Tote pro Part. Ich habe nämlich schon über 34. Weitaus mehr als 34. Aber das seht ihr auch selbst. Das ist ja, das sollte jetzt Part 50 sein. 52 so. Ich schätze mal mit so, ne, müsste eigentlich schon so um die 58 oder so sein. Ich weiß es nicht genau, ich habe nämlich noch nicht die letzte Aufnahme komplett gerendert. Aber dennoch sage ich, bis zum nächsten Let's Play Part, Bloodhys of B meldet sich ab. Ansonsten ist meine Versplatte zu voll. Also von daher, ciao.